Moin Leute, ich habe eine neue Idee für ein neues Format. Und zwar, wie ihr alle mitbekommen habt, bin ich jetzt nicht der größte Anime-Schauer. Ich gucke ab und zu ein paar, ja, muss ich zugeben, aber es wird ein bisschen zu kommen, bitte ändern. In dem Sinne, schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare ein paar Animes rein, über die ich dann Videos machen soll. Schreibt einfach rein, was euch schon in den Kopf kommt für Animes. Ja, und die versuche ich dann zu bewerten, mit positiv-negativen Punkten und halt ein bisschen lustig. Yeah! Bis dann und ciao!